Hallo zusammen, ich bin Janik Fischer, ich bin 17 und im U21-Nationalkader. Ich trainiere hier täglich im regionalen Leistungscenter, mein Ziel zu erreichen zu können. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich unterstützen würdest, dem Ziel etwas näher zu kommen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.